Schöne Haut mit Zitrone 6 Tipps Du solltest diese Schönheitsbehandlungen abends anwenden, wenn du nicht mehr ins Freie gehst, denn bei Sonnenexposition kann Zitrone zu Hautflecken führen. Die Zitrone zählt zu den beliebtesten Zitrusfrüchten und kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Sie ist bekannt für ihren sauren Geschmack und das darin enthaltene Vitamin C. Sie kann in vielen Rezepten verwendet werden, doch auch für schöne Haut ist die Zitrone wunderbar. Schon seit Alters her wird diese Zitrusfrucht in der Küche und für medizinale Behandlungen verwendet. Es handelt sich nicht nur um ein umweltschonendes Reinigungsmittel, du kannst mit Zitrone auch verschiedenste kosmetische Behandlungen herstellen. Die Zitrone glänzt durch eine Fülle an Vitamin C, essentielle Mineralstoffe und Antioxidantien, die deine Gesundheit von innen und auch deine Haut von außen pflegen. Heute stellen wir dir verschiedene Schönheitsbehandlungen mit Zitrone vor, die du ganz einfach anwenden kannst, um die Hautalterung oder Narben zu verhindern und Akne zu behandeln. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Erste Behandlung mit Zitrone gegen Akne Schöne Haut mit Zitrone Diese Zitrusfrucht wirkt abstrengierend und ist perfekt, um die übermäßige Torkproduktion zu bremsen, die zur Akne führen kann. Die äußerliche Anwendung reinigt die Poren tiefgehend und beseitigt Bakterien, welche das Problem zusätzlich verschlimmern. Zutaten Saft einer halben Zitrone Zwei Esslöffel Aloe Gel 30 g Zubereitung Die Zitrone pressen, um den Saft zu erhalten, und diesen mit dem Aloe Gel mischen. Anwendung Trage diese Mischung auf die betroffenen Hautstellen auf und lasse sie 20 Minuten lang wirken. Danach mit reichlich Wasser abspülen und die Sonnenexposition meiden. Verwende diese Behandlung mindestens dreimal in der Woche. Zweite Zitrone gegen Hautflecken Die in der Zitrone enthaltenen Säuren und Öle wirken aufhellend und sind deshalb gegen Hautflecken im Gesicht oder anderen Körperstellen ausgezeichnet. Zitrone ist ein tolles Mittel für schöne Haut. Zutaten Saft Eine halben Zitrone 2 Esslöffel Natron 18 g Zubereitung Zitronensaft und Natron vermischen. Anwendung Diese Mischung auf die Flecken reiben und 15 Minuten lang wirken lassen. Danach mit Wasser abspülen. Vergiss nicht, die Sonnenexposition zu vermeiden, denn ansonsten könnten zusätzliche Hautflecken entstehen. 3 Behandlung mit Zitrone gegen Narben Zitrone für schöne Haut Das in der Zitrone enthaltene Vitamin C fördert die Produktion von Collagen, was wiederum die Wundheilung stimuliert und gegen Narben und Dehnungsstreifen wirkt. In Kombination mit Kokosöl wirkt dieses Hausmittel noch besser. Zutaten Saft einer Zitrone 3 Esslöffel biologisches Kokosöl 45 g Zubereitung Den Zitronensaft mit dem Kokosöl vermischen. Anwendung Diese Mischung auf die betroffenen Stellen massieren, bis sie gut aufgenommen wird. Nach 40 Minuten abspülen. Vermeide danach die Sonnenexposition. Wiederhole diese Behandlung mindestens 3 Mal in der Woche. 4. Zitrone gegen Cellulite Zitronensaft ist kein Wundermittel gegen Cellulite, doch du kannst mit der regelmäßigen Verwendung die Durchblutung fördern und so zu einem besseren Hautbild beitragen. Zutaten Saft einer Zitrone 2 Esslöffel Honig 50 g Zubereitung Beide Zutaten miteinander vermischen. Anwendung Trage die Mischung auf die Problemzonen auf und lasse sie 10 Minuten lang wirken. Danach mit lauwarmen Wasser abspülen und die Haut dabei massieren. Vermeide danach die Sonnenexposition. Verwende diese Behandlung 2-3 Mal in der Woche. 5. Zitrone für schöne Haut ohne Falten mit Zitronefalten vorbeugen. Die Nährstoffe der Zitrone fördern wie bereits erwähnt die Collagen- und Elastinproduktion. So kannst du der vorzeitigen Faltenbildung vorbeugen. Zutaten Saft einer Zitrone 3 Esslöffel Mandelöl, 45 g Zubereitung Beide Zutaten gut verrühren. Anwendung Massiere deine Gesichtshaut mit dieser Mischung, achte jedoch darauf, dass dir nichts in die Augen gerät. Lasse diese Behandlung 10 Minuten lang wirken und spüle sie dann mit Wasser ab. Anmerkung Mit diesem Hausmittel kannst du abends auch das Marke-Ub entfernen. Du darfst danach allerdings nicht mehr an die Sonne. 6. Zitrone zur Entfernung abgestorbener Hautzellen Zitronensaft ergibt in Kombination mit Zucker ein sehr effektives Billing. Damit können Unreinheiten und abgestorbene Hautzellen entfernt werden. Das Ergebnis ist eine geschmeidige, sanfte Haut. Zutatensaft einer halben Zitrone 2 Esslöffel brauner Zucker, 30 g Zubereitung Den Zitronensaft mit dem Zucker vermischen Anwendung Massiere dieses Billing sanft mit kreisförmigen Bewegungen auf die Haut. Lasse es 10 Minuten wirken und spüle es danach ab. Verwende dieses Billing vor dem Schlafengehen, um die Sonnenexposition zu vermeiden. Wiederhole die Anwendung zweimal in der Woche. Du weißt jetzt, wie du die Vorteile der Zitrone in deiner Schönheitsroutine nutzen kannst. Mit diesem natürlichen und preiswerten Hausmittel kannst du schöne Haut erzielen.